Hallo, mein Name ist Sebastian Ostritsch und ich heiße Sie herzlich willkommen zur dritten Folge von 15 Minuten Hegel. Heute geht es um das Thema Französische Revolution, ihren Einfluss auf Hegel und auch Hegels spätere Kritik an den Geschehnissen der Französischen Revolution. Mit 18 Jahren, im Jahr 1788, kommt Hegel von Stuttgart nach Tübingen an das berühmte Tübinger Stift, um dort Theologie zu studieren. Ein Teil des Theologiestudiums macht auch die Philosophie aus, und zwar einen nicht ganz unerheblichen Teil, nämlich zwei ganze Jahre. Das Stift ist von quasi mittelalterlicher Zucht und Ordnung und von viel Dogmatismus in der Theologie geprägt. Hegel und seine Kommilitonen sehen sich hingegen nach einer von der Aufklärung geprägten Welt, also nach Vernunft und Freiheit und Recht. Und ihre Hoffnungen scheinen sich schon bald zu erfüllen, denn 1789 bricht die Französische Revolution aus. Entgegen der verbreiteten Schönfärberei ist aber zu betonen, dass die Französische Revolution vor allem auch ein blutiger Massenmord war. Gemordet wurde im Namen der Freiheit und der Gerechtigkeit und der Gleichheit. Aber es wurde gemordet und getötet wurde jeder, der nicht gleich genug war. In meinem Buch Hegel der Weltphilosoph habe ich versucht, auch die dunkle Seite der Französischen Revolution in aller Deutlichkeit einzufangen. Heute möchte ich ein paar kleine Ausschnitte aus eben diesem Kapitel mit dem Titel Tübingen und Terror vorlesen. Dabei möchte ich mich auf die Frage konzentrieren, wie Hegel und die Tübinger Stiftler die Französische Revolution zunächst aufgenommen haben und wie sie dann später, also wie Hegel vor allem, später darauf reagiert hat. Von der Tübinger Studentenschaft wurde die Nachricht vom Ausbruch der Französischen Revolution mit Begeisterung aufgenommen. Hegel war keine Ausnahme. Er las am liebsten den Revolutionsvordenker Jean-Jacques Rousseau und galt unter Kommilitonen sogar als Derber-Jakobiner. Inwieweit Hegel dem radikalen Programm der führenden Revolutionsfraktion wirklich zustimmte, ist nicht überliefert. Die kolportierte Behauptung, dass Hegels Lieblingswort in jener Zeit Kopf ab gewesen sei, ist jedoch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit erfunden. Dokumentiert ist Hegels pro-revolutionäre Gesinnung dagegen in seinem Stammbuch, in dem sich Kommilitonen und Freunde verewigen durften. Vive la liberté! Vive Jean-Jacques, Vaterland und Freiheit in Tyrannos! Das war das berühmte Motto, dass Schiller seinen Räubern vorangestellt und mit dem er Herzog Karl Eugen provoziert hatte. Mit diesen und ähnlichen Einträgen bezeugten Hegels Weggefährten die ihnen gemeinsame Begeisterung für die Revolution. Trotz aller jugendlichen Schwärmerei für die Umwälzungen, die im Namen der Freiheit in Frankreich stattfanden, wäre es falsch, Hegel als militanten Revoluzzer zu porträtieren, der am liebsten zum Säbel statt zur Feder gegriffen hätte. Dazu fehlte es Hegel an der renitenten Spritzigkeit, die etwa den jungen Schiller immer wieder mit der württembergischen Obrigkeit hatte zusammenstoßen lassen. Von einer gewissen Behäbigkeit und Jovialität war Hegel nicht erst als arrivierter Professor, sondern auch schon als Student. Von seinen Freunden bekam er deshalb den Spitznamen Der Alte Mann oder kurz Alter verpasst. Der Alte Mann liebte auch die eher biedere Geselligkeit mit netter Runde in einer der vielen Tübinger Weinstuben, ein paar Viertelischlotzen und dazu am besten noch eine Partie Tarok. Das war ganz nach Hegels Geschmack. Zweimal in seinem Leben soll Hegel sich dann aber doch dazu hinreißen lassen haben, für die große Revolution aktiv zu werden. So berichtet man, er habe zusammen mit seinen Zimmergenossen Friedrich Hölderlin und Friedrich Wilhelm Josef Schelling am Neckarufer einen Freiheitsbaum errichtet, genauso wie es in Frankreich zum Zeichen der Unterstützung der Revolution innerhalb kürzester Zeit Brauch geworden war. Auch wenn diese gern erzählte Geschichte wohl erfunden ist, drückt sie doch trefflich die allgemeine Stimmung in Hegels Umkreis sowie seine eigene Einstellung zur französischen Revolution aus. Sicher ist nämlich, dass im Stift nach französischem Vorbild ein politischer Club gegründet wurde, an dem auch Hegel teilnahm. Hier wurden die neuesten Geschichten aus Frankreich diskutiert, freimütige Reden geschwungen und die Marseillais intoniert, von der Schelling eine Übersetzung angefertigt hatte. Diese Umtriebe riefen schließlich sogar die Staatsmacht auf den Plan. Herzog Karl Eugen kam höchstpersönlich nach Tübingen, um die Beschuldigten zur Rede zu stellen. Auf seine polternde Art konfrontierte der füllige Herzog den jungen Schelling mit der inkriminierenden Übersetzung der Marseillais. Da ist in Frankreich ein sauberes Liedchen gedichtet worden, wird von Marseiller Banditen gesungen. Kennt er es? Schelling gestand mutig und erklärte, durchlaucht, wir fehlen alle mannigfaltig. Der Herzog belies es bei einer Rüge. Der zweite, im Gegensatz zum ersten gut belegte Fall von Hegels politischem Aktivismus für die Sache der französischen Revolution, ereignete sich Jahre später. Im Herbst 1799, während seiner Zeit als Hauslehrer in Frankfurt, spielte Hegel für den württembergischen Leutnant und pro-jakobinischen Verschwörer Karl Friedrich von Penas den Briefkurier. Der finale Adressat des Briefes, den Hegel weiter befördern sollte, war Emmanuel Joseph Sies, Mitglied des revolutionären Direktoriums. Nach seiner Verhaftung im Jahr 1800 gestand Penas, der zusammen mit Hegels Bruder studiert hatte, er habe den Brief dem Monsieur Hegel in Frankfurt, ohne dass er diesen jedoch mit dem Inhalt bekannt gemacht habe, zugeschickt, um ihn weiters zu befördern. Zwar sah die Geheimpolizei offenbar keinen Anlass, Hegel selbst ins Visier zu nehmen, er wird aber sicher nicht so naiv gewesen sein, nicht zu wissen, welche politischen Zwecke er mit seinem Freundschaftsdienst beförderte. Eine kritische Einschätzung zu den Schrecknissen der Revolution sollte sich bei Hegel erst im Laufe der Zeit herausbilden, dafür aber umso deutlicher. In mehreren großen Werken, vor allem in der Phänomenologie des Geistes von 1807 und den Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1820, hat Hegel das Umschlagen von Freiheitskampf in Terrorherrschaft einer schonungslosen philosophischen Analyse unterzogen. Dennoch hat er die Revolution für ihr ursprüngliches Ziel, die Abschaffung feudaler Herrschaft im Namen von Recht und Freiheit, immer in Ehren gehalten, auch noch nachdem er zum gefeierten Intellektuellen im zunehmend konservativen Berlin geworden war. In seiner Geschichtsphilosophie hat Hegel die französische Revolution als welthistorisches Ereignis begriffen und sie sowohl als den herrlichen Sonnenaufgang von Vernunft, Freiheit und unveräußerlichen Bürgerrechten als auch als selbstzerstörerischen Gesinnungsterror ergründet. Darüber hinaus spielten die revolutionären Geschehnisse in Frankreich auch in Hegels politischer Philosophie eine wichtige Rolle. Dort boten sie ihm nämlich reichhaltiges Anschauungsmaterial für das zentrale Problem, wie sich Gemeinwille und Einzelwille, kollektive und individuelle Selbstbestimmung, Gemeinwohl und Einzelinteresse miteinander versöhnen lassen. Genau dieses Problem war auch schon von Jean-Jacques Rousseau aufgeworfen worden, und zwar in seiner Abhandlung vom Gesellschaftsvertrag aus dem Jahr 1762. In dieser Schrift formulierte Rousseau die Kernaufgabe politischer Philosophie wie folgt. Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor. Mit den Grundlinien der Philosophie des Rechts oder kurz der Rechtsphilosophie wird Hegel Ende 1820 eine ausgearbeitete Philosophie der Gesellschaft vorlegen, die man als Antwort auf die rousseausche Frage lesen kann. In der Rechtsphilosophie baut Hegel, wie schon Rousseau, auf den Begriff des Willens auf. Allerdings stellt Hegel deutlicher heraus, dass es vor allem auf den freien Willen ankommt. Vom richtigen Begriff des freien Willens hängt das rechte Verständnis einer freien und gerechten Gesellschaft ab. Umgekehrt gilt, allen Deformationen in der politischen Wirklichkeit liegt auch ein verkrüppelter Freiheitsbegriff zugrunde. Es sind zwei wechselseitig aufeinander verweisende Aspekte, die den Begriff des freien Willens für Hegel ausmachen. Der erste Aspekt ist die Fähigkeit zur Abstraktion und Negation zum Nein-Sagen. Dies ist die Freiheit, dass ich mich von allem losmachen, alle Zwecke aufgeben, von allem abstrahieren kann. Es geht also um das Verneinen können und zwar sowohl im Denken als auch im Wollen. Wer nur nach diesem Aspekt der Willensfreiheit lebte, würde Vorstellungen und Gedanken ebenso von sich weisen wie im Inneren auftauchende Bedürfnisse oder Begierden. Dieser Aspekt des Willens ist für sich betrachtet nur die negative Freiheit, die darin besteht, alle Besonderheit, alle Bestimmtheit zu verlöschen. Wenn es allein bei diesem abstrahieren, verneinen Auslöschen bleibt, dann entwickelt sich der Begriff des freien Willens, sobald er in die Wirklichkeit tritt, zum religiösen oder politischen Fanatismus, der sich in einer Furie des Zerstörens manifestiert. Zu diesem zerstörerischen Fanatismus gehört, so Hegel, zum Beispiel die Schreckenszeit der französischen Revolution, in welcher aller Unterschiede der Talente, der Autorität aufgehoben werden sollte. Diese Zeit war eine Erzitterung, ein Erbeben, eine Unverträglichkeit gegen jedes Besondere. Denn der Fanatismus will ein Abstraktes, keine Gliederung. Wo sich Unterschiede hervortun, findet er dieses seiner Unbestimmtheit zuwider und hebt sie auf. Deswegen hat auch das Volk in der Revolution die Institutionen, die es selbst gemacht hatte, wieder zerstört, weil jede Institution dem abstrakten Selbstbewusstsein der Gleichheit zuwider ist. So also Hegel über die französische Revolution. Hier haben wir erneut ein Beispiel für Hegels Dialektik vor uns. Dialektik bei Hegel ist, wie wir in der letzten Sendung gesehen haben, nicht das schematische Geklapper von These, Antithese und Synthese, sondern die Bewegung des Denkens. Eine Bewegung, die so rasant ist, dass die scheinbar festen Gedanken ins Wanken geraten und auf den Kopf gestellt werden. Dialektik ist aber nicht nur eine Sache des bloßen Denkens, denn das Denken macht vor der Wirklichkeit nicht Halt. Dies zeigt das Beispiel der französischen Revolution ganz deutlich. So verwandelt sich Freiheit im Laufe der Revolution in brutale Unterdrückung, aber nicht, weil sich von außen ein fremdes, freiheitsfeindliches Element eingeschlichen hätte, sondern weil im Freiheitsbegriff der Revolution selbst etwas Zerstörerisches keimt. Wer Freiheit nur als Freiheit von Beschränkungen und Bestimmungen denkt, der denkt letztlich nichts oder anders, der denkt Freiheit als das große Nichts. Freiheit als sich selbstverzehrender Nihilismus, die Furie des Zerstörens als Furie des Verschwindens, dies war es, was die französische Revolution ins Werk gesetzt hatte. Wenn der Wille sich in seiner Freiheit nicht selbst verschlingen soll, dann kann er nicht nur diesen einen Aspekt des Verneinens umfassen. Damit kommt der zweite Aspekt des freien Willens ins Spiel, seine Besonderheit. Wer überhaupt will, der muss auch etwas und damit etwas Bestimmtes, Besonderes wollen. Jeder Wille braucht einen konkreten Inhalt. Wer sich festlegt auf etwas Bestimmtes, der begrenzt und beschränkt sich dadurch auch. Schließlich will er dann eben dieses und nicht jenes. Wer also etwas will und nicht nichts, der unterscheidet. Er diskriminiert im eigentlichen Sinne. Auch diese begriffliche Wahrheit zeigt sich in der historischen Wirklichkeit der französischen Revolution, nämlich in dem Moment, als Napoleon sie für beendet erklärt. Napoleon ist für Hegel eine welthistorische Gestalt, weil er den zerstörerischen Auswirkungen einer nur negativen Freiheit Einhalt gebietet und es schafft, Institutionen und mit ihnen eine gesellschaftliche Gliederung zu errichten und zu erhalten. Napoleon rehabilitiert das Prinzip der Besonderheit, das während der Revolution verschwunden war. Ja, an dieser Stelle geht es in meinem Buch eigentlich noch weiter, nämlich mit der Frage, wie sich der Wille als etwas Allgemeines, Negierendes, mit dem Willen als etwas Besonderem eigentlich vereinbaren lässt. Wie passen der allgemeine Wille und der besondere Wille zusammen? Das ist die alles entscheidende Frage. Das ist auch die alles entscheidende Frage, die dann Hegels Rechtsphilosophie zu beantworten versucht. Wir werden darauf hoffentlich noch in einer zukünftigen Folge zu sprechen kommen. In der nächsten Folge soll es aber um Kant gehen, genauer genommen um den Einfluss Kants auf den jungen Hegel. Ich möchte Sie auch nochmal explizit dazu ermutigen, mir zu schreiben. Und zwar Ihre Fragen, Ihre Anregungen oder auch Ihre Kritik. Sie können das entweder per Kommentar machen, einfach unter diesem Video oder per E-Mail. Die Adresse finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie bitte unbedingt ein Like, einen Daumen nach oben, teilen Sie es und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.